Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Süssigkeiten, die den Zähnen nicht schadet, weil sie keinen Zucker enthalten, gibt es bei grob in einer grossen Auswahl. Die Produkte, die erwiesenermassen zahnschonend oder zahnfreundlich sind, dürfen das Signet auf die Packung führen. Dazu gehören zum Beispiel Tipp Fruchtbonbons und Top Fruchtgaramelle oder Tricola Krüterperlen, die Husten und Heiserkeit erträglicher machen, Leckerol, die Mund und Hals erfrischen, Hollywood Kaugummi, assortiert, das gibt dann jetzt auch mit Aspartam gesüsst, Happy Vita, die Fruchtbonbons mit Orangengeschmack und Arnie Schönes, die erste zuckerfreie Schweizer Milchschocchi, die auch für Diabetiker geeignet ist. So, das war es für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, bitte aber noch um die Aufmerksamkeit für grob Sonderangebote. Zum Anfangen, die aktuellen Preisschlager. Bei grob kriegen Sie jetzt modische Kleinkinderjoggingdresse in Pastellfarbe für nur 19 Franken. Strickwulle Arcana Orléans, ein Knäuel 1,95 und Arcana Fit, ein Knäuel nur 2,50. In allen Coop-to-it-yourself-Läden kriegen Sie den Integralhelm, Weiss oder Blau für nur 49 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei grob Zwiebel, Pommeschips, Natur oder Paprika, ein Beutel nach Wahl statt 3,25 für nur 2,45. Bär Gamambert statt 3,60 nur 3 Franken. Alle Zahnpasten sind jetzt 50 Kg günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Frischback-Butterzopf zum selber-fertig-backen statt 2,70 für nur 2,20. Bananen per Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen!